Nachdem wir jetzt für Java und C++ Tests durchgeführt haben, wollen wir jetzt natürlich unsere CUDA-Karte gerne ausprobieren. Das heißt, wie schnell ist die und gegebenenfalls Performance-Verbesserungen hinkriegen. Bei der CUDA-Berechnung muss eine Anzahl von Threads angegeben werden. Ich habe festgestellt, dass die Zahl 252 eine relativ gute Thread-Anzahl ist. Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass der interne Aufbau der CUDA-Karte, der hat ja intern 28 Service-Manager. Anzahl der Service-Manager multipliziert mit einem Faktor entspricht ungefähr einer ziemlich guten Auslastung der Grafikkarte. Schauen wir uns nochmal ganz kurz das Programm selbst an, wie es aussieht. Wir übergeben bei der Kalkulation die Anzahl der Threads. Wir rufen dann hier in dem Fall Speed CUDA Calculate auf. Und das ist die eigentliche Routine, die uns jetzt interessieren sollte. Das ist im Endeffekt hier der Index, die Indexberechnung, welche Ausgabe jetzt berechnet werden soll. Und dann wird hier ein Pointer gesetzt von der Matrize und dieser durchmultipliziert mit der Eingabe. Also ich benutze hier nicht irgendwelche großartigen Techniken. Das ist straightforward und wir schauen einfach mal an, wie schnell dieses Programm jetzt ist. So, ich starte jetzt das Programm. Ich mache hier einen kleinen Cut, das dauert ein bisschen zu lang. Und hier ist das Ergebnis. Er braucht für diese Berechnung 12,8 Sekunden. Das tragen wir jetzt in unsere Tabelle ein, beziehungsweise Ergebnisliste. Als nächstes wollen wir gucken, dass wir eine erste Optimierungsmaßnahme verwendet, die normalerweise, wenn man auf irgendwelchen Seiten kommt, einangeboten werden. Und zwar hat ja die Cuda-Grafikkarte oder die Grafikkarte von Nvidia verschiedenen Speicher. Und einer dieser Speicher ist der Shared-Memory-Speicher. Der ist im Endeffekt der gleiche Speicher wie der Cache, wobei aber der Shared-Memory etwas anders verwaltet wird. Das heißt, das ist dann für diesen Thread wirklich reserviert. Und dann haben wir natürlich den globalen oder den normalen Speicher innerhalb der Grafikkarte. Schauen wir uns ganz kurz das Programm an, was es für ein Unterschied ist. Hier ist es so, wir übergeben beim Starten eben die Länge, hier die Länge des Shared-Memories. Und wir sagen, okay, wir haben ein In-Cache mit dem Shared-Memory und er entspricht genau dieser Größe jetzt, was unten angegeben wurde. Dann kopieren wir diesen Cache oder befüllen es mit der Eingabe. Und dann führen wir diese Funktion einfach aus. So ist es ziemlich ähnlich. Hier haben wir aber nicht mehr In als Eingabe-Parameter, sondern wir nehmen jetzt In-Cache als Parameter. Wir starten jetzt das Programm und schauen mal, was das Ergebnis ist. Auch hier machen wir einen kleinen Cut, weil es zu lange dauert. Und was haben wir als Ergebnis? Eine ziemlich ähnliche Zahl. Das tragen wir jetzt in unsere Ergebnisliste ein. Wie ihr hier seht, habe ich schon den nächsten Punkt kurz eingetragen. Das heißt, was gibt es für Optimierungsmaßnahmen, wenn jetzt Shared-Memory hierbei nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Also, es scheint so zu sein, dass diese Cuda-Grafikkarte und die Software, der Copiler, schon so gut ist, dass er den Shared-Memory schon ganz gut nutzt. Wenn das nämlich der Fall wäre, dass wir hier von der Kompilierung und von der GPU-Möglichkeiten her, die dieser Shared-Memory schlecht wäre, also schlecht genutzt würde, würden wir hier eine Verbesserung sehen. Wenn wir jetzt das mal vergleichen mit der oberen Zahl, sieht immer noch nicht toll aus, haben nur eine Verdopplung quasi der Geschwindigkeit, so ungefähr, roundabout. Aber das ist es nicht. Jetzt gibt es einen besonderen Punkt, und zwar wie der Speicher, der globale Speicher der Grafikkarte aufgebaut ist. Der scheint nämlich nicht ganz linear aufgebaut zu sein und hat dementsprechend andere, also wenn wir so linear durchgehen vom Algorithmus, haben wir wohl ein Problem. Aber das zeige ich erst mal ganz kurz. Wir starten, ich zeige erst mal, was wir eigentlich ändern, warum wir es ändern und dann kurz im Source-Code rein. Aber jetzt, jetzt kommt ein ganz kleines bisschen Mathematik, aber das wird euch hoffentlich nicht abschrecken, aber ich finde, das ist manchmal doch notwendig, damit man Dinge auch wirklich gut versteht. Wir haben hier eine Matrize, die hat die Werte A11, A12, A13 und so weiter bis A1n. Und dann die nächste Zeile A21, A22, A23 bis A2m. Und das geht weiter bis An1. Und auch hier geht es weiter bis Anm. Und das ist unsere gesamte Matrize. Und wir machen ein Kreuzprodukt zu einem Vektor V. Und das ergibt dann unser Ergebnisvektor, was wir gerne zur Berechnung haben. Wenn wir jetzt einen Vektor durchrechnen, dann rechnen wir den Vektor quasi hier einmal komplett durch. Also in dem Bereich, das ist der erste Wert von W, das ist dann der zweite Wert von W und so weiter. Und das ist der letzte Wert von W. Wenn wir das Ganze jetzt mathematisch kurz aufschreiben, dann würde das so lauten, für alle J aus Element von 1 bis N gilt, dass WJ, das ist die Ausgabe, ist die Summe von I gleich 1 bis N mit der Multiplikation AJI mal VI. Und was wollen wir jetzt machen? Wenn wir hier, der Speicher ist ja hier linear angeordnet. Das heißt, hier ist Speicherzelle 1, 2, 3 und hier ist die Speicherzelle M. Hier ist M plus 1 und so weiter. M plus 1, M plus 2, M plus 3 und hier ist dann 2M. Jetzt machen wir einen kleinen Trick. Wir gehen hin und transponieren diese Tabelle und diesen Vektor. Vom Ergebnis her bleibt es exakt gleich. Aber es ändert sich eine Kleinigkeit. Und zwar, man kann das hier rein mathematisch unten, ich mache es mal als blau, es bleibt alles gleich, außer dass wir hier AIJ jetzt berechnen. Das heißt, wir müssten unseren Speicher drehen, quasi die Matrix drehen. Und was würde jetzt passieren? Die Matrix würde hier quasi ähnlich aussehen, bloß dass die Indizes hier anders sind. Aber die Speicherzuordnung, hier ist 1, 2, 3, 4 und so weiter. Also 1, 2, 3, 4 bleibt stehen. Bloß dass jetzt das W so berechnet wird, dass V, Kreuzprodukt, mit diesem quasi Vektor W1 ist. Das ist W2, das ist W3 und das ist Wn. Oder besser gesagt Wm. Aber wir haben ja hier alles gedreht von den Indizes, also würde das gleich bleiben. Für unser Programm bin ich einfach hingegangen und habe gesagt, N und M sind ja gleich. Ich werde jetzt nicht die Tabelle, also die Matrix jetzt drehen, transponieren, sondern ich lasse sie so, wie sie ist, sondern ich nehme nur die Indizes, dass ich die quasi gedreht habe. Also nochmal ganz kurz, wichtig ist, wir laufen quasi in der Matrize auf dem globalen Speicher, nicht mehr linear, sondern wir machen jetzt Sprünge. Und zwar hat der Sprung jeweils hier so breit, wie im Endeffekt die Matrix ist. Starten wir jetzt das Programm und gucken nach, was passiert. Also unser Programm sieht folgendermaßen aus. Wir haben jetzt hier kein Cache. Sondern wir gehen ganz einfach durch, dass wir sagen, die Matrix plus den Index I. Das ist sozusagen hier, wenn wir uns die Tabelle noch mal ganz kurz anschauen oder die Matrix noch mal anschauen, wie sie aussieht. Der Startpunkt ist ja immer hier Indiz 1. Hier ist es der Indiz 2, der Startpunkt. Hier ist es Indiz 3, 4 und so weiter. Deswegen steht hier auch die Matrize plus I. Das ist genau dieser Versatz. Und wenn wir uns jetzt den nächsten Schritt anschauen, der unterschiedlich ist, das ist hier, dass die Matrizenpointer nicht um 1, quasi einen Wert hochgezählt wird, sondern er wird immer die komplette Linie quasi hochgezählt. Also die komplette In-Eingabe. Wenn wir uns das hier noch mal anschauen, wir würden hier die 2 haben, dann wäre im Prinzip der nächste M, ist ja die Komplettbreite, wäre dann M plus 2. Und der nächste wäre 2M plus 2, 3M plus 2 und so weiter bis zum Schluss hier. Das ist der eigentliche Wert, der hier bei diesen Wertberechnungen eigentlich eine Rolle spielt. Also genau das wird hier gemacht. Das ist diese eine Zeile hier. So, jetzt haben wir viel geredet und jetzt starten wir das Programm. So, jetzt haben wir ein Ergebnis, was deutlich schneller ist, nämlich 2,838. Das tragen wir jetzt unsere Ergebnisliste ein. Und das ist gegen Instra zu Java schon eine Verbesserung, also eine Verzehnfachung der Geschwindigkeit. Und das ist schon ein schönes Ergebnis. Damit könnte man schon arbeiten und sagen, okay, die CUDA Grafikkarte kostet 800 Euro oder 820 Euro, so im Drehrum habe ich gezahlt. Und eine CPU, die nackte CPU, kostet ca. aktuell immer noch 310 Euro, so viel ich weiß. Und wenn man das jetzt vergleicht, dann würde man sagen, okay, hier lohnt sich durchaus eine Grafikkarte. Wobei die CPU dann noch ein paar zusätzliche Sachen braucht, aber diese Details wollen wir ja gar nicht durchbesprechen. Jetzt gehen wir noch hin und sagen, wie sieht es denn aus mit, wenn wir jetzt doch Chared Memory einsetzen, kriegen wir dann eine Verbesserung. Und dazu starten wir einfach das Programm, was auch Chared Memory verwendet. Das sieht ziemlich identisch aus, bloß dass wir hier an dieser Stelle ein Cache haben wieder oder ein Chared haben und hier dieser Cache oder Chared Memory gefüllt wird. Starten wir das Programm. Und das Ergebnis ist 2,82 Sekunden. Also, ein großer Unterschied ist das nicht. Also, es ist nicht so, dass man sagt, oh wow, das ist jetzt ein Riesenunterschied zwischen dem einen und dem anderen. Wenn man überlegt, dass Chared Memory die Verwaltung, Arbeit kostet und so weiter, würde ich sagen, lohnt sich nicht. Außerdem gibt es hier Schwankungen. Wenn ich also das Programm mehrfach aufrufe, dann ist es durchaus so, dass immer unterschiedliche Werte rauskommen, die drumherum schwanken. Also, wenn ich jetzt hier dieses Programm nochmal aufrufen würde, dann werden wir sehen, es ist leicht unterschiedlich. Jetzt ist es mit den 23 hinten dran. Also, fast gleich, aber es gibt immer noch Schwankungen. Also, haben wir jetzt die naive Variante probiert und wir haben die Transponierung gemacht. In die Transponierung wollen wir ein ganz kleines bisschen genauer reinschauen, nämlich, dass ja der Speicher verschoben reingelesen wird. Ich habe es jetzt mal Shift Memory Access genannt. In unserer aktuellen Variante der Transponierung quasi ein Shift von 5000 Floating Point Zahlen durchgeführt im Speicher. Was ist denn, wenn wir den Shift ein bisschen kleiner machen, ein Shift von quasi, also 1, also das entspricht der naiven Variante, die dann genauso schnell wäre und nicht so besonders gut. Aber was ist denn, wenn wir jetzt den Speicher jeden zweiten, jeden dritten, jeden vierten nehmen und gucken mal nach, wie sich denn die Laufzeit dann verändert. Das schauen wir uns ganz kurz im Programm an. Hier wird ein Delta berechnet und dieser Delta wird hier drauf gesetzt. Das ist ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt, was hier wichtig ist, dass wir diese Pattern Pointer plus Shift haben. Wir sind jetzt nicht hingegangen, haben die Matrize großartig umgebaut, sodass jetzt die Werte alle exakt gleich sind. Hier geht es um das Prinzip und wir wollen im Prinzip die Performance messen. Und wie jetzt die Werte angeordnet sind, ist uns eigentlich ziemlich egal. Starten wir jetzt das Programm und schauen uns an, wie sich jetzt diese Performance-Werte ändern. Auch hier werde ich mal einen kleinen Cut machen, bis wir die Ergebnisse haben, weil ansonsten dauert es einfach zu lang. So, jetzt sehen wir schon die Werte, wie sie reinputzeln. Mit quasi 1 bedeutet kein Shift. Das ist die Geschwindigkeit, die wir vorher auch hatten. Und wenn wir jetzt ein Shift von 2 haben, dann wird die Performance schon wesentlich besser. Also 30% besser. Bei 3 haben wir schon eine, quasi eine Verdopplung. Und dann geht dieser Wert so langsam runter bis ungefähr 2,8 Sekunden. Hier bei 8 ist es sogar der beste Wert. Der liegt dann bei 2,77 Sekunden. Und wenn ich mich nicht irre, wird das auch das Optimum sein. Das bedeutet für uns, dass wir, wenn wir intern was aufbereiten wollen und wir wollen eine hohe Performance haben, müssten wir im Prinzip ein Shift von 8 Double zahlen. Das sind 32 Bytes quasi drin haben in unserem Algorithmus, um die maximale Performance rauszuholen. Wir können jetzt hier noch ein bisschen warten, was für Ergebnisse da noch rauskommen. Aber im Endeffekt sehen wir hier das Optimum bei 2,777. Und das tragen wir jetzt auch schon mal ein in die Tabelle. So gesehen ist, wenn wir mit der Double-Zahlen arbeiten, haben wir ein fertiges Ergebnis. Wir können sagen, mit der CUDA-Karte können wir hier mit dem 1080er TI ungefähr einen Geschwindigkeitsvorteil von 8 bis 10, also das 8-Fache bis 10-Fache hinkriegen. Die große Frage lautet natürlich, wie sieht das denn für die Float-Zahlen aus? Haben wir gleiche Werte? Sind sie unterschiedlich? Und dafür werden wir genau die gleichen Berechnungen durchführen, die wir auch für Double durchgeführt haben. Starten wir die Routine für die ganz einfache naive Variante. Das dauert ein paar Sekunden, ein kleines bisschen Geduld. Und jetzt haben wir unser Ergebnis. 6,5 Sekunden. Tragen wir das in unsere Liste ein. Was können wir sehen? Hier für diese naive Variante sind wir auf jeden Fall doppelt so schnell als für die Double-Variante. Also wenn jemand sagt, er braucht nicht so eine hohe Rechengenauigkeit, dann würde er gegenüber Java schon einen deutlichen Geschwindigkeitsgewinn erreichen. Aber natürlich ist es immer noch schlechter als der Wert für die Duration Simple, also für die normale Durchführung. Hier, wenn wir die Transponierung betrachten, starten wir das Gleiche für das Shared Memory. Vielleicht ist hier das Verhalten ja ein bisschen anders. Auch hier starten wir das Programm. Schauen uns, was das Ergebnis ist. Was einen kleinen Moment dauert. Und wir haben unser Ergebnis ziemlich gleich. Also 6,5 Sekunden wieder tragen wir das in unsere Liste ein. Dass es ein paar Millisekunden langsamer ist, ist eigentlich nicht relevant, weil das ist eh im Rauschen drin. Und jetzt machen wir das Gleiche für die Transponierten Matrix. Da haben wir einen Wert von 1,919 Sekunden. Und das ist schon ein ziemlich guter Wert. Jetzt probieren wir das Ganze noch mit dem Shared Memory aus. Wobei die Erwartungshaltung eigentlich ist, dass sich hier keine Änderungen ergeben. Auch hier kurz gestartet. Das Ergebnis. 19,04. Das ist nur minimal besser. Also was können wir sagen? Wir können schon sagen, dass wir, wenn wir mit Float arbeiten, wir einen deutlichen Geschwindigkeitsvorteil haben gegenüber Double. Nicht so extrem, wie wir uns das eigentlich gewünscht hätten. Also wenn man sich überlegt, was der Optimum für eine Double-Berechnung ist, wenn man rein den Speicher betrachtet, liegt bei 1,6 Sekunden. Real sind wir hier bei 2,8 Sekunden angelangt. Wenn wir jetzt das Ganze natürlich auf Float betrachten, da wären wir dann eigentlich unter einer Sekunde. Und hier haben wir also doch 1,9 Sekunden. Dass schon, man sieht, dass einiges an Overhead da ist. Falls jemand eine Idee hat, wie man es noch schneller hinkriegt, bin ich offen und bin auch für Tipps gerne bereit. Also ihr könnt die Tipps auch direkt unten im Kommentarfeld eintragen oder einen Link dort eintragen, damit ich weiß, wo ich dann nachsehen kann. Dann würde ich auch ein Video produzieren, dementsprechend, wo ich das dann mal versuche zu implementieren. Aber aktuell kenne ich keine besseren Performance-Werte als die, die ihr jetzt hier seht. Meine Vermutung ist, vielleicht gibt es wirklich noch einen Trick, womit man noch schneller wird. Aber das sind jetzt meine Ergebnisse, die ich herausgefunden habe. Und die sind durchaus überraschend. So, was ist jetzt die Interpretation des Ergebnisses? Also, wir können sagen, wenn wir in Java mit Float oder Doppel rechnen, das ist ungefähr die gleiche Geschwindigkeit. Wenn wir in Java oder C++ mit Doppel rechnen, haben wir auch die gleiche Geschwindigkeit. Also die paar Prozente, das ist nicht wirklich sonderlich interessant. Es ist also sehr ähnlich von der Geschwindigkeit her. Wenn wir in C++ mit Float arbeiten, dann scheint es so zu sein, dass wir fast ungefähr doppelt so schnell sind. Was ich jetzt nicht genau gezeigt habe, hier in einem Test, aber was ich vorher festgestellt habe, ist, dass wenn wir die Anzahl der Threads mit der, also als Multiplikation von der Anzahl der Service Manager betrachten, das heißt in unserem Fall oder hier bei der 1080 TI sind es 28, soviel ich weiß, sind es bei der 1080 16 Service Manager. Dann müssen wir diesen Faktor multiplizieren mit 9, 10 oder 11. Das muss man so ein bisschen raustesten, was eigentlich am besten ist. Und das ist die Anzahl der Threads, die für diese Grafikkarte dann am besten ist. Also hier habe ich die Tests alle mit den 9-fachen der Service Managers durchgeführt. Also 252 Threads. Dann haben wir festgestellt, mit ziemlich Erstaunen ist, dass wir der Chair Memory, also wenn wir den Programm technisch hinzufügen, dass wir keine Geschwindigkeitsverbesserung hinkriegen. Also ein Ergebnis, was mich durchaus erstaunt und ehrlich gesagt nicht so ganz in meinem Kopf rein will. Aber die Compiler sind heutzutage wohl so gut, dass die so einfache Algorithmen das ganz gut hinkriegen. Der nächste Punkt ist, dass wir auf diesen Shift Access, also diesen verschobenen Zugriff auf den globalen Speicher, dass der wirklich die Geschwindigkeit, die Performance erhöht. Und als letztes natürlich Floating Point Zahlen erhöhen die Geschwindigkeit, wenn wir auf Floating Point Zahlen runtergehen. Und zwar ungefähr um das Doppelte, vielleicht nicht ganz das Doppelte, sagen wir mal so 80% schneller. Also was sind unsere Schlussfolgerungen? Unsere Schlussfolgerung ist, also CUDA ist 10 mal schneller, wenn wir Double rechnen, bezogen auf die Java Sache. Und wenn wir auf Float zurückgehen können, sind wir sogar 15 mal schneller. Und eine Verbesserung in CUDA hinzukriegen, ist echt trickreich. Das heißt, das ist nicht einfach. Man muss wirklich verstehen, wie die CUDA Architektur aussieht, der Grafikkarte, wie die verschiedenen Elemente zusammenarbeiten. Das ist nicht so direkt erkennbar und sichtbar, was die Sache sehr schwierig macht, ehrlich. Also meine Quintessenz ist folgendermaßen, also weil ich von Double auf Float runtergehen kann, kann ich für meine neuronalen Netze CUDA verwenden. Ich werde wesentlich schneller sein von der Berechnung her. Und ich freue mich also schon auf die nächsten Ergebnisse von meinen Berechnungen, die dann doch deutlich schneller ablaufen als vorher. So, jetzt ist das Video beendet. Und wenn euch das Video gefallen hat, so würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, so würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, so würde ich mich über einen Daumen hoch freuen.